Hi, das hier ist ein Schweine-Kotelett-Braten mit Knoblauch-Champions und Rosmarinkartoffeln. Und wie ihr dieses Gericht macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! So, zuallererst starte ich mal meine Big Green Egg. Dafür habe ich hier meinen Luftleiter, Knöpfchen drücken und ab geht die wilde Fahrt. So, alles klar, Grill ist an. Dann setze ich direkt den Expander ein, zusammen mit der Drip-Pen und dem Convector, damit wir da indirekt garen können. Den Grill möchte ich mir auf 180 Grad vorheizen, also Deckel zu und wir schauen uns die Zutaten an. Hier sind jetzt die Zutaten, die ich für meinen Schweine-Rückenbraten mit den Knoblauch-Champions brauchen werde. Los geht es mit dem Fleisch. Das hier ist ein 1-Kilo-Stück Prime-Pork, sprich also Dry-Age-Schweinerücken vom Kräuterschwein. Kräuterschwein, absolute geniale Schweinerasse, gibt es bei der Schwarzwälder-Link dazu, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und das Ganze werden wir gleich auf dem Grill zubereiten. Vorher noch einreiben mit Thymian und Rosmarin, ein bisschen Olivenöl, Pfeffer, Salz. Das wird eine richtig feine Geschichte. Die Champions, dafür brauchen wir also Champions, Zwiebeln, Knoblauch selbstverständlich, ein bisschen Olivenöl, etwas Butter. Und dann habe ich noch ein paar Drillinge-Kartoffeln, die schmeißen wir einfach mit in die Drip-Pen, während wir das Fleisch garen. Und ein bisschen Petersilie brauchen wir noch. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Das Egg heizt vor und ich würde sagen, wir legen los. So, ich beginne damit, dass ich von dem Schweine-Rücken, da ist hier noch die Schwarte mit drauf. Die möchte ich diesmal nicht haben. Wir wollen diesmal keinen Krustenbraten machen. Das heißt also, ich nehme mir ein Messer und nehme die Schwarte runter. So, was dann also bleibt, ist dieses wunderbare Stück. Da werde ich jetzt hier oben den Fettdeckel einritzen. Zum einen, damit wir da gleich Salz reinbekommen und zum anderen, damit das Fett sich auch gut auslassen kann, gleich auf dem Grill. Dabei aufpassen, dass ihr nicht ins Fleisch schneidet. Wunderbar, schaut das aus. Weiter geht es mit der Marinade für das Fleisch. Ich habe also hier Thymian, den zupfe ich mir gerade eben runter. Wenn der Thymian runtergezupft ist, einfach gerade mit dem Messer nochmal durchgehen, dass das Ganze noch ein bisschen feiner wird. Wunderbar. Thymian kann in so eine kleine Schüssel. Und dann habe ich hier den Rosmarin, auch den zupfe ich gerade runter. Und der Rosmarin wird dann auch nochmal kurz durchgehackt. Rosmarin kommt mit zum Thymian mit dazu. Dann eine ordentliche Prise Salz. Und fünf Esslöffel Olivenöl. Das Ganze wird dann anständig durchgerührt. Und ihr seht, das gibt kein Öl, sondern das gibt tatsächlich einfach nur, dass die Kräuter leicht mit dem Öl benetzt sind. Und das ist auch gut so. Es soll nicht in Öl schwimmen. Wir haben genug Fett hier in dem Fleisch drin. Und dann nehme ich mir jetzt hier unsere Marinadenpaste sozusagen und reibe damit das Fleisch ein. So, das sieht wunderbar aus. So soll es sein. Das sieht wunderbar aus. So soll es sein. Das Fleisch ist damit fertig vorbereitet. Und natürlich habe ich jetzt noch hier von der Marinade über. Das ist hervorragend, denn darin können wir dann die Kartoffeln marinieren. Und damit die Kartoffeln gleichmäßig garen, werde ich sie einmal durchschneiden. Beziehungsweise die größeren Kartoffeln direkt vierteln. So, und nachdem dann die Drillinge klein geschnitten sind, gebe ich jetzt das restliche Öl, beziehungsweise die restlichen Kräuter über die Kartoffeln drüber. Und der Herr, der zu kleinen Schalen hat wieder zugeschlagen, wird jetzt alles durchgemischt, beziehungsweise durchgeschwenkt. Und damit ist dann erstmal alles vorbereitet und am Grill geht es weiter. So, der Grill ist inzwischen auf 150 Grad vorgeheizt. 180 möchte ich gerne haben. Hier habe ich die Drip Pan und in die gebe ich jetzt die Kartoffeln mit dem Rosmarin in den Thymian rein. Dann kommt der Grillrost oben drauf. Hier ist unser wundervolles Stück Prime Pork. Hammermäßig sieht das aus. Temperaturkontrolle übernimmt natürlich wie immer meine Mieternadel. Die stecken wir jetzt einfach von hier oben ins Fleisch hinein. So, dann verraten wir der Mieternadel, was wir vorhaben. Wir haben 6 Grad im Kern. Wir machen Schweinefleisch. Wir machen definitiv ein Braten. Wir machen ein sonstiges. Und wir wollen am Ende 60 Grad haben. Also, das ist alles als Einstellung, was wir brauchen. Dann sagen wir beginnen und los geht die wilde Fahrt. Deckel schließen. 180 Grad im Grill. Bis später. Während das Fleisch auf dem Grill ist, kümmere ich mich jetzt um die Knoblauchchampions. Ich habe jetzt hier ein paar Champions. Braune Champions. Ihr könnt auch einfach weiße nehmen. Das ist gerade egal. Wichtig ist halt unten einfach am Strunk ein klein wenig abschneiden. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie groß sind die Champions. Haben sie die Größe, würde ich sie tatsächlich noch einmal halbieren. Ja, viel kleiner sollten sie nicht sein. Falls ihr riesen Champions bekommt, müsst ihr sie einfach vierteln. Halbieren reicht hier in diesem Fall auf jeden Fall aus. So, die Champions sind klein. Weiter geht es mit der frischen, glatten Petersilie. Da einfach den kompletten Bund fein hacken. Und wenn ihr Richtung Stiele kommt, einfach noch feiner hacken. Dass wir den ganzen Geschmack eben mitnehmen. Weiter geht es mit dem Knoblauch. Da habe ich hier fünf große Knoblauchzehen. Soll also richtig klingeln. Da so einfach gerade hinten das Ende abschneiden. Und mit dem Messer gerade einen kleinen Klaps verpassen. Und dann den Knoblauch gerade fein hacken. Dann habe ich hier noch ein paar weiße Zwiebeln. Auch die werden gerade geschält. Und diese werden dann auch fein gehackt. Die Knoblauch-Champions werde ich jetzt hier schon mal in dieser Pfanne vorbereiten. Dafür starte ich gerade meinen Gasbrenner. Und dann gebe Olivenöl und Butter in die Pfanne. Dann folgen die weißen Zwiebeln. Kurz anschlitzen lassen. Jetzt folgen die braunen Champignons. Und die jetzt einfach mal so in der Pfanne sitzen lassen. Nicht bewegen, einfach anbraten. Kann ich sagen, es riecht absolut fantastisch. Und jetzt fangen wir mal so langsam an, die Pilze umzurühren. Wir haben schon richtig schön Farbe gekriegt. Das ist die perfekte Beilage zu dem Fleisch. Jetzt werden die Champignons gewürzt mit ein wenig Salz. Und etwas Pfeffer. Und dann gebe ich die Petersilie mit dazu. Und ihr hört, wie es in der Pfanne quietscht. Die schwimmen nicht im Wasser, die Pilze. Das ist wichtig. Und zu guter Letzt kommt jetzt natürlich der Knoblauch noch mit dran. Das sind ja schließlich Knoblauch-Champignons. Ich kann euch sagen, da geht richtig was. Den Seitenkocher kann ich ausschalten. Denn die Pfanne hat noch genug Hitze gespeichert. Und großartig sehen die aus. Und sie riechen fantastisch. So, kurzer Zwischenstand. Das Fleisch hat eine Kerndemperatur von 30 Grad. Hier habe ich die Kartoffeln. Die sehen schon absolut fantastisch aus. Die schieben wir jetzt gerade mal ein bisschen beiseite. Und ich schaffe mir somit Platz für die Champignons. Die gebe ich nämlich jetzt hier in der Seite mit dran. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und die Drip Pan kommt jetzt wieder aufs Eck. So, Drip Pan drauf. Und hier ist unser wundervolles Prime Pork. Das ist auf einem sehr guten Weg. Kerndemperatur aktuell 32 Grad. Weiter geht's. Eine Stunde, 17 Minuten sind vergangen. Und die Mieternadel hat mich informiert, dass wir eine Kerndemperatur von 56 Grad erreicht haben. Und ich das Fleisch doch bitte vom Grill nehmen soll. Dem Wunsch kommen wir natürlich gerne nach. Es sieht großartig aus. Das Fett von dem Braten ist sich wunderbar runter in die Drip Pan getropft. Zu den Kartoffeln und zu den Pilzen. Eine herrliche Nummer. So, die Ruhenszeit vom Fleisch ist abgeschlossen. Hier sind die Champignons und die Kartoffeln. Und jetzt schneiden wir das Ganze mal an. Oh, Leute, die Kartoffeln riechen unfassbar gut. Zuerst entferne ich mal die Mieternadel. Die brauchen wir nicht mehr. Und dann nehme ich jetzt erst mal das Fleisch vom Knochen runter. Das sieht großartig aus. Und dann schneiden wir uns mal eine schöne Tranche runter. Oh, es ist mega saftig. Und heiß ist es, Leute. Heiß ist es. So, der große Moment des Probierens ist gekommen. Ich schnappe mir mal so ein Stück von dem Schweinefleisch. Sehr zum Wohl. Dieses Prime Pork, dieses Dry Age Schweinefleisch vom Kräuterschwein ist einfach eine Sensation. 60 Grad Kerntemperatur. Es ist butterzart. Es ist saftig. Der Geschmack von diesem Dry Age, dieses leicht Nussige, richtig, richtig gut. Und ich gehe jetzt gerade mal rein, stand mir noch so ein Champignon. Die Reihenfolge war auf jeden Fall richtig. Die Champignons mit dem Knoblauch sind richtig, richtig gut. Noch ein Kartöffelchen hinterher. Wahnsinns Gericht. Könnt ihr so auf den Tisch stellen. Werden locker vier Personen von satt. Und kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Sieht super aus. Schmeckt absolut göttlich. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Den Link zum Fleisch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne beim Schwarzwälder mal vorbei. Kräuterschwein. Absolut empfehlenswert. Das war es für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen Freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten meines Kanals sein. Hier unten könnt ihr das sehr gerne auf kostenfrei irgendeiner Basis ändern. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat hier vorne eine Insta-Story gesehen. Schaut also gerne bei Barbecue aus Rheinhessen dort vorbei. Einfach immer näher dran. Gibt es immer keine Storys, wenn ich ein Video drehe. Schaut also gerne mal rum. Das war es für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und Leute, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.